So, dann will man ganz gediegen Ultimate Team starten, vor Champions League gleich zocken. Wisst ihr, und was erfährt man so schön? Ah, okay, die Belohnungen sind schon mal da, super. Da ich Silber 1 geworden bin, ist es natürlich umso toller, dass man dann sowas bekommt. Das ist super. Aber irgendwie... Was ist denn das? Hm, das ist ja komisch. Wieso kann ich denn jetzt keine Weekend League spielen auf einem Freitag, wenn es bereits 12 Uhr mittags ist? Hm, okay. Ach ja, da war ja was. Ist ja weggefallen, super. Stimmt, da war ja was nicht. Ja, eigentlich wollte ich ganz gediegen. FIFA spielen. Aber... Fällt ja weg. Fällt einfach weg. Super. Und da ist es ja schon. Ich wollte hier einfach nochmal kurz gucken, äh, ob das monatliche jetzt irgendwie weniger geworden ist dadurch. Ja, ist es, ne? Ist, glaube ich, weniger geworden. Da ich 36 Spiele gewonnen habe. Insgesamt jetzt. Und 72 gespielt habe. Ja, richtig. Ich habe, äh, da wo ich Gold 1, äh, Silber 1 gewonnen bin, habe ich 8 Spiele nicht mehr gespielt, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich mich das so getriggert hat, dieses Spiel. Aber ich könnte noch theoretisch Gold 1 werden. Muss ich aber bessere Weekend League spielen als, äh, äh, letzte Woche. Mit 27 Siegen könnte ich Gold 1 werden. Naja, aber Gold 2 müsste drin sein, das sind 20 Siege, das kriege ich hin. Sollte ich hinkriegen, muss ich halt getriggert spielen, aber... Naja. Genau, hier wollte ich euch einfach mal kurz zeigen, ähm, wie ich mein Team umgeändert habe. So ein kleines Update und gleich werde ich dann noch die zwei Shops hier aufmachen. Äh, die Shops, die zwei Shops mache ich auf, genau. So, also, ich habe ein bisschen umgeändert. Ja, genau, ich mache jetzt hier einen noch Try Harder. Musa war verletzt, deswegen habe ich, äh, Schürrle drin. Naja, das ist einfach relativ egal. Gut, ich habe Buffon jetzt im Tor. Chiellini jetzt als zweiten Endverteidiger. Dann Alexandro, Marquisio, ich glaube, das ist soweit geblieben. Da hat sich nicht viel verändert, glaube ich. Kann natürlich sein. Ach ja, genau, die Weekend League, die ich aufgenommen habe und, äh, das, was letzte Woche, glaube ich, als Video kam. Ja, genau. Äh, da bin ich Gold 2, glaube ich, geworden. Gold 3 oder Gold... Gold 2, irgendwie sowas. Ähm, also auch nicht gerade. Super. So, Manolas ist geblieben, Perez auch. Nein, Golan ist, glaube ich, auch geblieben. Oder kann sein, dass es auch Neues für euch ist. So, ich bin mal kurz hier, so. Alles klar, dann habe ich jetzt ein bisschen umgestellt. Zuerst hatte ich Vidal hier drin. Dann hatte ich Coman hier oben, Benjeda im Sturm und dann eben Dembélé, ne. Dachte ich mir so, nee, scheiße, Vidal hat nur 8 Chemie und, und Dembélé hat 8 Chemie. Benjeda und Costa hatten jeweils 10 Chemie, aber irgendwie, keine Ahnung, fand ich nicht so geil. Bring mir halt diese Chemistry-Styles. Das war jetzt nicht ganz so viel. Also habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, ich verkaufe Vidal und kaufe mir stattdessen Reus. Und, äh, naja, gut, Müller war dann noch nicht so eine Option. Ähm, dann habe ich mir halt Castro, da habe ich Castro wieder hier reingestellt. Reus denn, äh, oben links. Die Statistik ist auch, naja, ist jetzt nicht gerade die beste mit 12 Spielen, 6 Tore, 1 Torvorlage. Aber, äh, irgendwie habe ich nicht so gut gespielt die letzten Tage. Ähm, Dembélé, naja, ist halt geblieben. So, zuerst hatte ich Informticherry, dort drin, der hat nach 6 Spielen kein einziges Tor geschossen und hatte nur eine Torvorlage. Und das war eine Katastrophe mit dem. Also dachte ich mir, okay, also mir hat das Positioning von ihm überhaupt nicht gefallen, keine Ahnung. Habe ich halt Müller, weil der ist eigentlich durch sein Positionsspiel bekannt. Und siehe da, 6 Spiele, 3 Tore, 2 Torvorlagen. Und bis jetzt läuft ganz gut mit dem, würde ich jetzt mal behaupten. Also, der gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn ich jetzt seine Werte nicht gerade überragend finde. Aber, äh, der spielt sich ganz geil. Naja, genau, und das ist das Team bis jetzt. Ähm, ja, viel wird sich hier jetzt auch nicht mehr ändern. Ähm, außer eben, dass halt irgendwann dann mal demnächst, äh, Aubameyang da oben steht. Aber gut. So, und das wird jetzt ein sehr kurzes Video. Das lasse ich auch, glaube ich, ungecuttet. Ähm, einfach so ein kleines Update. So, dann machen wir mal... Kein Walkout, wird's schon mal scheiße. Wow. Raphael, Alter. Neee. Ah, naja. Gut. Echt nur scheiße, ne? Na, okay, zwei... Na, gut. Boah, Alter, im Ernst? Der geil. Oho, ich hab Wallback gezogen. Höh, vielleicht ist er ja ein bisschen was wert. Ich hab Simeone? Loil. Okay. Wusste ich niemals. Na gut, da, gut. Der Rest kann ja hier rein. MLS könnte ich vielleicht oder später gebrauchen, wer weiß. Rest kann weg Ah, ich hatte ziemlich Ah, ich bin vollidiot, Alter Der war bestimmt was wert Wieder kein Workout Wieder nur Scheiße Danny Rose Ach, Elf mal Ah, was für ein Bullshit So, jetzt werde ich auch gerade angerufen, de facto Also, ich weiß ja nicht, was das ist, ne Aber mich ruft eine Nummer Die ganz Also, die letzten paar Wochen an Und ich melde mich mit Absicht, nicht mit Ja oder so Falls sie das dann so schneiden, dass man irgendeine Scheiße mündlich Äh, 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 hier abgesprochen hat Damit man einen Vertrag unterschreibt Weißt du, mach ich mit Absicht, ne Ich bin schlauer Bursche, du weißt, ey So Aber Jedes Mal Kommt keine Antwort Ja, vor zwei Tagen hat mich die Nummer angerufen Am 13. Januar, heute ist der 20. Januar Denn am 4. Januar Weißt du was, den Motherfucker rufe ich jetzt zurück Ihr seid jetzt live dabei Der Guten alten Mobilcom-Dibbitel, Motherfucker Alter Datenschutzrichtlinie Wollen mit meinem Vater reden Mein Vater hat sowieso keine Ahnung davon Das fängt schon mal gut an Ja, okay Kann ich ja schon mal sicher gehen Die Nummer Da werde ich nicht mehr ran gehen Ey, super Ruf noch bei mir an Kann ich das nicht, äh, aus Anrufprotokoll löschen? Ne Wie mache ich denn das? Na egal, das mache ich jetzt nicht live jedenfalls Naja, gut Ich würde mal sagen Das war's dann Wie ihr sehen könnt Superpack Boah Hahaha Ist das ein Scheißpack, Alter Hüff So, dann packe ich die mal hier rein Vielleicht kann ich ja noch eine Squadbuilding Challenge machen Was ich nicht raffe, ne? Was ich einfach nicht raffe Mobilcom-Dibbitel Der Typ ruft an Und das nicht zum ersten Mal Ich sag Hallo Und die fragen nicht nach meinem Vater nach Nein Oder die fragen nicht nach, äh, ne? Dem Nachnamen und so Sondern Legen einfach wieder auf Legen einfach wieder auf Was, was ist das für ein Scheißverein? Meine Fresse, Mann Boah Anstatt zu sagen Ja, hier könnte ich mir den Äh, ja, Dings und Dings reden, ne? Nö, 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 nö Ist auch nur Scheiße, ne? Kann ich, kann ich hier irgendwie nicht so ein Gold-Scheiß machen? Ach doch, klar, hier, ne? Ah ja, klar Ja, komm Komm, machen wir das doch mal Team selbst aufbauen So Jetzt bin ich auch mal fertig Das ist es So Und mal gucken, was für zwei beschissene Spieler ich kriege Ist schon ein 80er oder sowas 79 Boah, ey Warum mach ich so eine Scheiße eigentlich? Komm, Abraham wäre sogar gar nicht mal so verkehrt Aber leider ist er auch untauschbar Super Gut Das war's dann mit FIFA für das Wochenende sehr wahrscheinlich Ähm Ja Mein Leben macht keinen Sinn mehr Und Wir sehen uns Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal